Wie oft konnte Kloten den Meistertitel verteidigen? Also viermal gewonnen, in diesem Fall dreimal verteidigen. Das ist korrekt. Wie heisst der grösste Playoffscore in der Geschichte des EAC-Kloten? Ja, also das müsste Fige Holenstein sein. Ja, das stimmt. Welches Tier ist im Wappen der Gemeinde Kloten zu sehen? Also ich meine, Sie hatten ja irgendwann mal das Wiesel. Also tippe ich mal auf das Wiesel. Das ist leider falsch. Okay. Es ist der Loi. Ah, der Loi. Gut, okay. Wann stand Kloten zum letzten Mal im Playoff-Final? Also ich habe ja auch noch Kloten gespielt im Playoff-Final. Das war im Elfen. Okay. Und dann sind es nachher aber, glaube ich, nochmal gewesen. Kann das sein? Hm. Nein, ich müsste sagen im Elfen, ja. Nein, das ist falsch. 2014. Ah ja. Gegen? Gegen den ZSZ. Ah ja, genau. Dammit. Ja, nein. Das ist es. Das ist es.